h hallo Leute und herzlichen Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Aura Philipp Hi Leute, ähm ich habe gerade den Runde gefunden zu herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Aura PvP mit dem Pascal, das zeigt die Video auf diesem Kanal und ja ich kann hoffen, dass es euch schon mal gefällt das bin ich ja okay das erste Video, das wir schon mal gesehen haben, das ist der dieses Survival Games ja was es euch gefallen hat schön, wenn ich jetzt weniger rede, denn ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren als sonst jetzt das was ich hin wollte, ab dem letzten als wir letztes Mal gespielt haben hier ich will so und er hat mich abgabend ich bin ich gehöre und und dort hat es gesehen in den Hohen Stöcker sind in einem Grund um ins Bett st k 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 die Götze von Mausau und die Skirche von Kassbacher das ist von Spassbett das ist nicht auch die Strecke und ich glaube auch hoch ich war auch gut, oder? so angewinkelt oh nein oh was kann gerade gegangen manchmal spuckt der durch meine Maus oh ja, meine Augen was hände denn? ja hier, guck mal boah, ich wollte schon mal ganz oben, das ist ja geil, da oben ich kann nach der Runde konnte es jetzt gut genug sein, dass ich dann noch weg muss ich muss dann noch weg, denn man muss zu unserer Geburtstag und ich will jetzt auch nicht so unhöflich sein, nur einfach zu Hause bleiben gerecht durch den zentralen Montag Geburtstag möchte ich nicht sagen, wie alt sie ist ja sie ist aber relativ jung, ne? ich möchte jetzt wirklich keinen Namen nennen und ja, sie ist auch das sehr lange weg und in dieser Woche konnte sie nicht, deshalb falls sie erst heute ihren Geburtstag und deshalb werde ich wahrscheinlich nach dieser Runde schon weggehen müssen ok ok so sie die 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 aber ich habe mich jetzt mal auf einem Programm gestartet Grazer noch gerettet so als das schon weiter raus es